Und damit herzlich willkommen zurück in der Wüste, Freunde, zu einem neuen Part von Assassin's Creed Mirage. Im letzten Part haben wir die Ausgrabungsstätte schon gefunden. Und heute gilt es die Information zu finden, die wir hier... ...aufdecken können. Okay, das war relativ einfach. Das ist sogar ein Feuerwachmann. Ganz schön stark bemannt, das Ganze. Aber wenn wir vorsichtig unsere Information unentdeckt beschaffen können, sollte das ja nicht allzu schwer werden. Ausgrabungsgerüchte. Hinweis entdeckt. Das heißt also, wenn hier Leute entkräftet sind, dann werden sie entsorgt und verschwinden. Hallo, mein Freund, auf ein Wort. Beeindruckende Arbeit, Zadig. Gräbst du etwas für den Kalifen aus? Das geht dich nichts an. Ich finde die Überreste vergangener Reiche äußerst spannend. Darf ich mich ein wenig umsehen? Sieh dir so viele alte Steine an, wie du willst. Aber fass unsere Werkzeuge und Truhen nicht an. Ich würde es nie wagen. Naja, selbstverständlich lasse ich meine Finger aus irgendwelchen Truhen und Kisten, die mir nicht gehören. Okay, holen wir uns da hinten noch die Informationen. Die Städte wird von Söldnern bewacht. Wir haben wohl etwas Wichtiges gefunden. Wann werden wir bezahlt, Hauptmann? Bist du der Anführer dieser kampfvernarbten Bande von Kriegshunden? Ihr werdet sicher gut bezahlt. Nicht so gut, wie wir es gern hätten, das sag ich dir. Wollt ihr etwas für mich erledigen? Vielleicht. Was für ein Auftrag wäre das? Siehst du die feinen Männer des Kalifen dort? Ich könnte ein wenig Hilfe gebrauchen. Hm. Da wird sich doch was finden. Und damit sind wir im Geschäft, mein Freund. Wir brauchen wie ein wahrer Söldner. Hier ist ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Hey, das ist ehrliche Arbeit. Wir werden bezahlt. Auf die ein oder andere Weise. Viel kann man bei denen nicht stehlen. Söldner greifen die Wachen an, wenn du entdeckt wirst. Also haben wir schon mal für Rückendeckung gesorgt. Und wir haben eine ganze Menge Kisten, die wir plündern können. Geh auf Erkundungsflug. Hä? Warum taucht das da denn auf? Da habe ich gar nicht hingeguckt. Ei, 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 ei. Okay. Gut, okay. Drei Kisten. Und wahrscheinlich in der letzten wird wohl das sein, was wir wollen. So ist das ja immer. Wenn ich jetzt die als letztes nehme, dann ist wahrscheinlich da der Hinweis drin. Und wenn ich die als letztes nehme, ist da wahrscheinlich der Hinweis drin. Oder ich irre mich. Ist ja diese Suche-Drei-Plätze-Regel. Okay, wir versuchen natürlich... Und entdeckt zu bleiben. Ja, gibt es. Schön vorsichtig. Den kann ich, glaube ich, nicht schlafen legen, ne? Oder? Ah, das hat geklappt. Nein, nicht eliminieren. Hier ist nichts Wichtiges. Ich suche besser weiter. Ja, heißt aber nicht, dass ich doch noch irgendwelche Truhen und Krüge plündere. So, der Kollege wacht gleich wieder auf. Aber dann sind wir schon weg. Gepriesen seien die klugen Köpfe des Hauses der Weisheit. Die Arbeit ist gefährlich und unrein. Wir stören die Geiste alter Ungläubiger. Zwei Pfeile habe ich noch. Zwei Pfeile habe ich noch. Sicher? Moment. Ja, nicht schlecht für dich. Ach, verdammt. Oh. Mist. Halt mich hier nicht fest in der Ecke. Halt mich hier nicht fest in der Ecke. So, jetzt aber. Diese Truhe trägt Ahmads Siegel. Die wird ihm gehören. Interessant. Ein Brief an Ahmad von einem Arzt namens Hassan. Ahmad wird wohl in Bimaristan mit ihm arbeiten. Aber was hat ein berühmter Erfinder mit einem Arzt zu schaffen? Es muss da irgendeine Verbindung geben. Na, die Söldner machen die ganze Arbeit. Hier komme ich nicht raus. Beziehungsweise komme ich nicht rein. Haben wir vielleicht noch irgendwas, was ich mitnehmen kann, wenn ich schon hier bin? Ne. Gut. Verschwinden wir von hier. Ja, das hätte so gut laufen können. Aua. Was soll das denn? Dann wollen wir mal Bericht erstatten. Uh, Moment, 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 Moment. Da gibt's noch was zu klauen. Ganz schön viele Katzen. Komm, können wir davon nicht eine streicheln? Doch, können wir. Ja, komm mal her. Lass dich doch mal streicheln. Da ist sogar eine Katze eingesperrt. Was soll das? Okay, verschwind mir hier. Und höher. Schade, es war doch eigentlich gar nicht mal so schlecht. Bloß hat der mich da gesehen. Obwohl das Entdeckungsmeter gar nicht voll war. Ich war schon hinter einer Ecke. Aber gut. Wir sind ja rausgekommen. So, dann werden wir Bericht erstatten. Gucken, ob er weiß wo. Ahmet ist. Der Bimaristan. Hier versammeln sich die besten Heiler Bagdards. Von der Grabungsstätte. Wenn ich Haken ein gebrochener Finger, dann auch Acham hat. Ja stimmt, das ist der Doktor, von dem sie gesprochen haben. In Kido ist nicht verfügbar. Wo muss ich denn hin? Oh, die muss ich so finden, ne? Was haben wir denn hier? Hilfe im Männerbereich benötigt. Kann doch sein, dass er oben ist. Aber bestimmt darf ich gar nicht nach oben. Da fängt es schon an. Aber das ist mir reichlich egal. Also doch keine Informationen abgeben, sondern weitere Informationen besorgen. Wie viele Pfeile haben wir noch? Zwei. Zwei. Okay. Gehen wir auf die andere Seite. Nicht zum Kaputtmachen, ne? Da ist eine Kiste drin. Ähm. Und tschüss. Sie muss ein bisschen schneller. Ja, dann fühlt es schlecht für dich aus, wenn du mich findest. Na Gott sei Dank liegen die da gut versteckt. Hallo. Gut rein mit dir. Aber ich glaube nicht, dass er hier oben ist, oder? Das muss man ein bisschen vorsichtiger sein. Das war knapp. Gut. Ich bedarf deine Augen, Sadiki. Ja, irgendwo da unten. Also doch muss ich da wieder runter. Okay. Ich kann mich auch mit jemandem unterhalten, ne? Irgendwie muss ich in Hakim Hassans Arbeitsstube gelangen. Ah. Hier ist... Ich finde den Schlüssel um die Tür zu öffnen. Ein Kilo ist nicht verfügbar. Ich will nicht pfeifen. Ich will... Ah. Guck mal. Seine Assistentin. Seine Assistentin. Oder Assistent. Eins von beiden. So. Perfekt. Schön unauffällig. Kann ich nicht gleich direkt wegrennen. Wie so ein Taschendieb. Wir können es besser. Achim hat genug Diebeserfahrung, dass wir da einfach professionell bleiben. So. Dann wollen wir mal... Hm. Interessant. Interessant. Wirklich interessant. Was haben wir hier? Was? Hassan ist dem Orden tief verbunden. Okay, wenn du das sagst, Bassi. Dann müssen wir eigentlich theoretisch nur hier auf ihn warten, oder? War das jetzt alles schon? Ah. Guck mal. Ah. Das Zeichen des Ordens. Damit wäre wohl bewiesen, dass Hassan zu ihnen gehört. Belastender Hinweis. Sonst noch irgendwas, was ich vielleicht noch nicht entdeckt hab? Außer diese Truhe da. Okay. Ich hab hier einige Gelehrte mit Verbrennungen. Oh, dann lass dich doch nieder, Bassi. Einige Gelehrte aus dem Haus der Weisheit haben sich beim Versuch, die Bücher zu retten verbrannt. Wir brauchen dieses Zimmer. Nein. Das ist Hakim Hassans Privatlabor. Es ist verschlossen. Niemand darf hinein. Also sollen wir die Verletzten einfach draußen lassen? Antwortet mir mal jemand? Bitte. Bitte. Senke deine Stimme. Du beunruhigst die Kranken. Hakim Hassan hält sein Labor verschlossen. Warum wohl? Das Privatlabor. Also wieder nach oben. Das Privatlabor. Also wieder nach oben. Ich bin das. Das ist auch immer so verdammt knapp, ey. Alles gut, alles gut. Gute Nacht. Wir brauchen den Schlüssel. Na komm. Hättest du dann noch ein bisschen näher kommen können. Stimmt. Wir haben jetzt ja den Skill, dass ich danach gleich direkt noch ein Messer werfen kann. Fallen lassen. Okay. Was denn jetzt? Was? Ja, vielleicht. Misstrauen ist immer gut. Anhalten! Die Griechen sind gewissen. Ich hasse diese Schicht. Weil nichts passiert. Das ist zu langweilig. Hey! Hey! Verdammt! Hör zu! Billige Tricks retten dich auch nicht! Meinst du nicht? Und? Aua! Basti, mach doch den aufgeladenen Schlag. Einen sammeln. Was ich? Hey! Hättest du mal nichts gesagt, mein Freund. Ich dachte, ich kann hier von hinten rein, aber... Ja, voll Fehlanzeige hier. Ich hab mir das ganze Geschnitzel hier sparen können. Ah, ne. Der schläft. Zack! Und? Zack! Die Tür von der anderen Seite verriegelt. Ah, komm! Oh, hey! Du rennst nicht mehr weg, wenn ich mit dir fertig bin. Hä? Wohin? Hä? Hierhin. Jupp, die bewegen sich meistens nicht mehr, wenn ich mit ihnen fertig bin. Oh! Eigentlich solltest du den lautlos killen, Bassim. Mach das erstmal so'n Schwert-Hieb. So, wie komm ich denn... Wie komm ich denn da jetzt rein? Doch von oben. Wir können ja vielleicht an die Tür klopfen und fragen, ob ich ein Ei borgen kann. Ah, siehste. Mit meinen Methoden ist gar nichts verkehrt. Nur der Mechanismus an sich. Es sind mehr Subjekte nötig. Mehr Arbeit. Was ich sicherlich brauche, ist ein nutzloser Erfinder, der sich in das große Werk einmischt. Bin ich nicht echter hart der Große und Schreckliche? Vielleicht sollte ich das nicht zu laut sagen. Aufpassen, Hassan. Aufpassen. Okay. Das ist aber auch schon wieder zu einfach, oder? Na dann. Das war's mit dir, Hassan. Der Arzt ist tot. Dann suche ich mal Ahmad und löse dieses blutige Rätsel auf. Basim, was ist hier geschehen? Wo warst du, Ahmad? Ich war unterwegs. Ich bin immer unterwegs. Sagst du mir, was passiert ist? Wusstest du, dass dieser Mann zum Orden gehörte? Er rief mich vor einigen Wochen zu sich, nachdem sie etwas in der Wüste gefunden hatten. Einen uralten Apparat. Sie brauchten mich. Und du stelltest keine Fragen? Ich stelle nie Fragen, wenn es um die Arbeit geht. Du? Erzähl mir von diesem Apparat. Er öffnet einen Weg. Im Geist. Einen Weg in die alte Welt. Dieser Mechanismus scheint irgendwie die Tore der Wahrnehmung zu öffnen. Hast du es selbst gesehen? Nein. Aber Geschichten gehört. Diejenigen, die es sahen, sind verloren. Sie halten das, was sie sahen, für die Wirklichkeit. Sie glauben, sie gehören in diese alte Welt. Ich wusste nicht, dass der Orden beteiligt ist. Hätte ich es gewusst, ich wäre zu dir gekommen. Ich wurde... Ich wurde aufgehalten, Basim. Du kennst mich doch. Du verlässt diesen Ort und kehrst ins Bruderschaftshaus zurück. Ich erzähle niemandem davon, wenn du es nicht tust. Welch eine Schande, dass Wissen immer in den falschen Händen landet. Oder, Basim? Fall enthüllt, das große Werk. Also war er gar nicht verschwunden. So wie meine Annahme ja war. Ich dachte, er wäre aufgeflogen oder gekidnappt oder sowas. Ich traue ihm nicht mehr jetzt. Jetzt nachdem... Weiß ich nicht. Wir kämpfen für ein und dieselbe Sache und... Er war so nah dran. Diese Schaubilder bringen mir nichts. Na, vielleicht die Leiche, aber erst mal gucken. Dann... Das bleibt mir übrig. An was hat er geforscht? Durch einander. Kopfverbände. Aber das ist nun mal ein Bimaristan. Ein Krankenhaus. Also auch nichts... nichts von Wert. Okay. Dann verlassen wir das... Marimistan. Puh. 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 Ich sollte zurück ins Bruderschaftshaus. Fall abgeschlossen. Zwei Fähigkeitspunkte? Was machen wir dann da? Da brauche ich ja schon drei für, ne? Hier hätten wir ein zusätzliches Hilfsmittel. Notfallzielen. Die Wachgänge, ne? Ich wäre ja schon fast hier für. Luftangriff. Ja, das spare ich mir. Ich möchte den Luftangriff haben. Kostet zwei. Ich komme mit dem, was ich habe, gut klar. Also erstmal bleibe ich dabei. So, das haben wir gelöst. Den Arzt haben wir getötet. Und unseren Freund haben wir befreit. Obwohl, Freund in Anführungsstrichen, ne? Das große Werk. Das wäre die nächste große Quest. Da fehlen mir noch Scherben. Tja, dann würde ich doch schon fast sagen, wir gehen wirklich ins Bruderschaftshaus. Ja, die Bücher. Ansonsten. Ich weiß gar nicht. Müssten wir theoretisch auch mal machen, ne? In die Bruderschaftshäuser gehen. Wo ist das denn überhaupt? Da, ne? Da waren wir aber schon. Oh, wenn ich schon mal hier bin, dann auf jeden Fall die beiden Aussichtstürme annehmen. Inventar. Was haben wir im Inventar? Ach, das, was wir da von dem Katzenparadiesplatz da gefunden haben. In welchem Bruderschaftshaus waren wir denn noch nicht? Waren wir schon in allen? Ja, dann würde ich sagen, wir gehen da ins Bruderschaftshaus. Ich werde jetzt noch ganz schnell die, äh, die Turmspitze erklimmen. Und vielleicht den Diebsthalter ausführen. Darf ich jetzt auch wieder ein paar mehr von? Können wir eigentlich auch abgeben? Irgendwann mal. Im Vorbeigehen. Eselkuppel? Na, kommst du da nicht hoch? Schade. Nehmen wir die Leiter. Das macht das etwas einfacher. Da gibt's doch gleich sowas. Okay, ich musste da gar nicht hoch. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder von Assassin's Creed. Ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ja, danke. Vielen Dank.